Diesen PC habe ich vor einigen Wochen gebaut, den White Killer PC, und heute baue ich das Äquivalent dazu, und zwar einen komplett schwarzen PC. Ich nenne ihn Black Beauty. Los geht's! Bevor ich aber starten kann, muss ich erstmal noch einen anderen PC zerlegen, weil da sind so ein paar Teile drin, die ich brauche. Generell mache ich das heute so alles und so fly, denn es sind verdammte 32 Grad draußen, hier drin sind 27 Grad, es ist sackwarm, vier Softboxen am Start. Ja, also auf jeden Fall dafür schon mal für das Engagement einen Daumen nach oben, und den PC, den ich meine, den ich zerlegen muss, ist genau das Gegenteil davon. Es ist quasi Ying und Yang, denn es ist der weiße PC von vor einiger Zeit, und ja, den muss ich nochmal zerlegen, weil ich brauche da ein paar Teile. Lass loslegen. So sieht bei mir ein PC aus, den ich euch auch immer vorstelle. Der ist auf das Wesentliche von der Verkabelung reduziert, sprich natürlich alle Stromkabel, die benötigt werden, Powerbutton und Lüfter. Sowas wie Frontpanne, USB oder irgendwelche anderen Audiosachen lasse ich immer weg. Das ist unnötig fürs Video, das macht keinen Unterjob, ob das jetzt dran ist oder nicht. Und das macht das Ganze natürlich dann, je weniger Kabel man hat, leichter entsprechend, ja, das Ganze zu zerlegen, denn Zeit ist Geld, und mit mehr Zeit kann man mehr schaffen. Das Mainboard meiner Wahl für diesen schwarzen PC ist ein ASRock B66 Pro RS. Warum? Aus drei Punkten habe ich mich für dieses Mainboard entschieden und gegen das B660 Gaming X DDR4 von Gigabyte. Erstens, es ist günstiger. Zweitens, wir haben ein nahezu schwarzes PCB. Bei Gigabyte gibt es kackbraun. Und was ich viel, viel besser finde, ist einfach der IO-Bereich, denn wir haben hier sechsmal USB, davon viermal USB 3.0 und zweimal 2.0. Bei Gigabyte gibt es viermal 2.0. Hier nochmal der Tipp mit diesen kleinen Wattestäbchen, kann man wärmende Pasta ultimativ gut, ohne sich selbst die Finger schmutzig zu machen, entfernen. Und ohne, dass irgendwelche Reste auf der CPU bleiben. Es sei denn, du hast natürlich eine Tonne draufgekippt, dann wird es auch hier mit einem Stäbchen schwierig. Und hier drunter schlummert nämlich ein echtes Monster. Natürlich der Core i5-12400F. Sechs Kerne, zwölf Threads, über 4 GHz, Takt auf allen Kernen und das Ganze für unter 180 Euro. Windows 10 bekommst du bei CDK-Edits. Für kleines Geld mit dem eingeblendeten Code kannst du nochmal ein paar Euro sparen. Und den Windows-Aktivierungs-Key findest du in deinem CDK-Edits-Account. Den einfach kopieren und im Windows-Aktivierungs-Assistenten einfügen. Das war's. Windows ist aktiviert. Damit ist alles cool. Mehr dazu in der Beschreibung. Ja, dann nochmal der Hinweis. Du kannst meine Mauspads mit dem Format 900x400 auch ideal nutzen für Maus und Tastatur. Aber auch zum PC zusammenbauen. Hier eine schöne Unterlage, um das Mainboard draufzulegen. Beispielsweise um Arbeitsspeicher zu verwahren oder CPU, CPU-Kühler, SSD etc. Das funktioniert alles. Link zu den Mauspads findest du in der Beschreibung. Punkt. Arbeitsspeicher. Es wird da jetzt hier ein sehr, sehr dunkler, schwarzer PC. Deswegen setze ich auf die sehr, sehr beliebten Wenzins LPX DDR4-Module 3200MHz 16. Im Punkt dort CPU-Kühler dachte ich mir, warte, was nehme ich jetzt? Ich möchte das Ganze so gut wie möglich Black-Beauty-mäßig bauen. Soll aber nicht zu teuer werden. Möglichst preis-leistungstechnisch noch im Rahmen. Und deswegen habe ich mich heute für Luftkühlung entschieden. Für einen Kühler, den ich wirklich hardfire und sehr oft nutze. Und zwar hier diesen LC-CC 120 RGB. Ganz wichtig, der originale Lüfter kommt nicht zum Einsatz. Warum? Ich möchte ja ein Black-Beauty-PC. Also auch der Lüfter wird schwarz. Das bedeutet, dieser RGB-Lüfter ist raus. Aber damit ich jetzt einen anderen Lüfter installieren kann, brauchte ich generell erstmal einen CPU-Kühler, wo der Lüfter durch diese Halterklammern vorne gehalten wird. Bei vielen, gerade auch günstigen CPU-Kühlern, die trotzdem gut aussehen, gut funktionieren, werden sie innen gehalten. Das funktioniert aber nur, wenn zwischen diesen beiden Stegen, also hinten und vorne, nichts ist. Luft ist. Deswegen habe ich mich eben auch für diesen LC-Power-Kühler entschieden. Ich blende es euch jetzt einfach nochmal ein in groß, weil die Halterklammern greifen von vorne rein. Und damit das Ganze wirklich auch Black-Beauty wird, setze ich auf die NZXT-Lüfter ohne RGB, denn auch die passen einfach wie Arsch auf einmal zum Heute-In-Case. Und ja, ich finde, das wird ziemlich geil aussehen. Auf den ersten Blick dachte ich mir, irgendwie komisch, denn die sind von den Lochabständen hier für die Pins nach innen Richtung CPU gleich. Dann ist mir aufgefallen, der originale Frame hat hier diese Strebe und genau die steht im Weg zu der Backplate vom Sockel. Diese neue Backplate hier, die Plastik-Backplate für 2 Euro, hat eben nicht diese Streben, sondern ist einfach seitlich offen und dadurch passt das Ding halt einfach. Also der passt nicht drauf, der passt drauf. So, bei dem CPU-Kühler kleiner Tipp, diese Streben hier nicht zu fest anziehen. Dann habt ihr so ein bisschen Spiel drin, dann kann nämlich so der CPU-Kühler drauf. Ja, ich weiß, Wärmeleitpaste, aber kurz demonstriert. So kann der CPU-Kühler drauf, dann den entsprechend dort und dort festschrauben. Dann kannst du ihn wirklich perfekt gerade ausrichten, dass er nicht irgendwie so steht oder so steht oder was auch immer. Und danach kannst du die 4 Schrauben zur Backplate festziehen. So, CPU-Kühler sitzt und jetzt haben wir ja hier diese Halterung, die in den CPU-Kühler reinkommen und die kleinen Nasen, die hier zu sehen sind, greifen eben in die Löcher vom Lüfter rein. Die werde ich eben zwecks Black Beauty-Thema auch noch gleich schwarz machen mit einem Edding. Das geht natürlich besser, wenn sie verbaut sind, weil sonst nehme ich vielleicht die Farbe wieder runter. Und ich glaube, jetzt wird ersichtlich, warum ich den NZXT-Lüfter gewählt habe. Das ist halt schon ultra schön anzusehen. Und das noch beleuchtet, boah ja, das wird richtig kicken. 980 ohne Pro irgendwas und die ist wirklich rasant schnell. Ich habe die jetzt hier bei diesem Bild mit 500 GB eingeplant, gibt es aber auch mit einem Terabyte und ich glaube, mit 500 GB kostet die um die 50 Euro. Kann man echt nichts falsch machen. Die kommt jetzt hier oben rein und dann ist dieser PC auch schick, schick schnell in puncto Storage. Das Case meiner Wahl ist, wie man unschwer erkennen kann, ein sehr, sehr geiles NZXT H510 Flow. Das bedeutet, wir haben hier diese Mesh-Front mit dem dahinter sitzenden Staubfilter. Ja, ansonsten sehr, sehr technisch identisch zum normalen H510 Elite. Auch das Case habe ich gefeiert. NZXT hat gesagt, okay, hier brauchen wir ein bisschen mehr Airflow, deswegen Flow-Variante. Ich habe aber gerade festgestellt, dass die Lüfter, die verbaut sind, von dem Rotordesign identisch sind, aber die sind komplett schwarz. Und hier ist noch ein ganz kleiner, grauer Anteil mit drin, quasi dieser Frame hier. Und das bedeutet für mich, ich werde einen der Gehäuse-Lüfter nutzen, um den da zu verbauen und den als Gehäuse-Lüfter nutzen, denn ich habe davon zwei Stücke gekauft. Das sind ja hier die ARF 120. Das bedeutet, die baue ich in die Front, weil da fällt eben das Grau-Dingsbums hier hinter nicht auf. Und wir haben zwei gleiche sichtbare Lüfter, einen da und einen da, den ich aus der Front rausholen werde. Ich habe dieses Bild relativ spontan geplant und hatte jetzt keine Lust, ewig auf die einzelnen Teile zu warten. Deswegen habe ich das Case halt einfach gekauft, beim Shoppen mit dem großen M im Namen am Anfang. Und dann kam das Ding halt kaputt an, sprich Spider-Man-Effekt bei der Glasscheibe. Ich habe es schon hochgedrungen und habe gehört, ja, das Wackel da drin ist schon rum. Geil, habe es aufgemacht, Beweisfoto gemacht, direkt zum Shop geschickt oder sagt dazu. Kaputt angekommen, Transportschaden, bitte Ersatz. Nein. Dann fing die Bürokratie an. Ich sollte vier Seiten DHL-Schadensmeldung ausfüllen, damit dann zu dem nächsten DHL-Paketshop rennen, nicht Packstation, nichts anderes, irgendwas anderes, dort den Schaden melden und unterschreiben lassen. Dann sollte ich das Ganze einscannen zum Shop schicken und die hätten mir dann irgendwann ein neues Case geschickt. Da habe ich gesagt, no way, das ist echt ein beschissener Kundenservice, also dem Kunden noch so viel Arbeit zukommen zu lassen, denn es ist im Grunde nicht meine Arbeit. Sondern das ist die Arbeit des Shops, das mit dem Versandunternehmen zu klären. Das nun mal aus Sicht eines Influencers als auch normalen Käufers, der auch mal was kauft, um halt so ein paar Erfahrungswerte mitzuteilen. Ich habe mich gerade gewundert, warum standardisierte Schrauben für Gehäuse, Lüfter hier zwar reinpassen, aber ich kann sie halt einfach so reinstecken. Festdrehen ist nicht und habe festgestellt, okay, für diese AR-120er Lüfter aus der F-Series gibt es zusätzliche Schrauben im Lieferumfang. Die sind ein bisschen länger, haben eine andere Gewindesteigung und damit kann man das dann wohl irgendwie festschrauben. Okay, aber frage ich mich halt ehrlich, NZXT, warum können wir denn als Endkunden jetzt nicht die verwenden und müssen tendenziell halt die verwenden, weil auch die kosten in der Produktion Geld. Die werden halt uns als Endkunden quasi dann natürlich auch in Rechnung gestellt mit einem Gesamtpreis, der höher ist als vielleicht bei der Konkurrenz, wo es normale Standardschrauben gibt. So, ich denke, so langsam wird ersichtlich, was ich meine mit Black Beauty. Es war auf jeden Fall der richtige Gedanke, diesen originalen Gehäuse, Lüfter auf den CPU-Kühler zu setzen. Wir haben die baugleichen Lüfter nun halt mit einer anderen Farbe, teilweise durch diesen Frame in der Front. Da fällt es halt einfach hinter dem Mesh-Element mit Staubfilter nicht auf. Aber gerade das matcht halt hier schon ziemlich gut, finde ich sehr, sehr geil. Daumen hoch auf jeden Fall dafür. Allein auch der schwarze Arbeitsspeicher dazu, ohne RGB. Also das wird auf jeden Fall richtig ballern. Gut, die Kabelmanagement steht an, aber auch dafür nutze ich heute schöne schwarze Kabel. Ich weiß, ich habe wie jeder andere Tech-Influencer vor einigen Jahren sehr viel Werbung gemacht für die Kabel von CableMod. Das sind sie nicht. Ich habe mich schon seit geraumer Zeit auf die Kabel der Firma Easy DIY Fab eingeschossen. Link in der Beschreibung. Die geben mir kein Geld. Ich zahle die Dinger auch selber für jedes Projekt. Ich feiere die einfach, weil man bekommt ein komplettes Kit mit diesem 24-Pin, 8-Pin EPS für CPU und 2x6x2x8-Pin GPU-Kabel. Das Ganze für unter 30 Euro inklusive Kabelkämmer. Die Dinger sind von der Qualität her sehr gut. Lassen sich gut biegen bzw. verformen, dass sie eben gut im System gebogen sind und schön verlaufen. Deswegen hier nochmal der Hinweis, wer sowas sucht für kleines Geld, gönn dir. Das ist wirklich Top-Qualität. Es wird immer wärmer, deswegen heißt es Gas geben, aber trotzdem möchte ich meine persönliche Meinung jetzt zum H510 Flow nochmal etwas anpassen. Erstmal ist es schön, dass ich das 8-Pin EPS-Kabel wirklich 1 zu 1 gerade nach hinten abführen kann. Nice. Die Frage, die sich mir dann allerdings stellt, ist, wozu habe ich da oben so einen riesen Gap? Ich meine ja, ich könnte noch einen Lüfter verbauen. Dann hört es auf. Und dann habe ich ein kleines Lüfterkabel, wie das dort links. Aber ansonsten schließe ich doch in dem Bereich nicht so viel an, dass ich so einen großen Gap brauche. Okay, könnte man ignorieren. Wenn dann nicht die Tatsache wäre, dass hier dieses schöne 24-Pin-ATX-Kabel am Mainboard sich nicht gerade von da nach da wirklich gerade in einer Linie, wie dort das Kabel oben, verlegen lässt. Ja, wir haben ja hier diesen Tray, wo man auch ein AGB dran hauen kann, der auch Kabel verstecken soll. Das Ding ist halt, um das wirklich gerade nutzen zu können, fehlt der Platz. Mit Platz meine ich einfach hier das Ganze nach oben, sagen wir mal 3 cm höher zu machen, die Aussparung. Dann könnte ich das Kabel auch wirklich schön nach oben machen und dass das Ganze wirklich gerade ist, weil hier ist der Anschluss und hier unten geht das Kabel durch. Das ist bei super vielen Gehäusen der Fall, dass eben diese Aussparungen hier für Kabel einfach nicht zu den Anschlüssen passen. Ist halt doof. Ansonsten geil. Ist halt wirklich einmal schön alles frei hier, keine Stege dazwischen. Perfekt. Aber warum das Ganze nicht einfach mal ein paar Zentimeter höher machen? Dann muss ich eben nicht das Ganze schräg verlegen. Dann noch ein kleiner Tipp. Ich habe jetzt hier erstmal diesen Bogen für die Kabelverlängerung rausgenommen. Der ist sicherlich gut, wenn man auf die originalen Kabel vernetzt, dann geht das wahrscheinlich okay. Aber hast du gesleevede Kabel, geht es nicht so. Und wenn du gesleevede Kabel hast, musst du ja irgendwo hin damit, damit du das Ganze bestmöglich auf der Rückseite verlegen kannst. Je nach Case hast du ein bisschen mehr Platz zur Seitenwand oder eben auch nicht. Und ich habe für mich schon vor vielen Jahren festgestellt, hey, ich kann ja so eine Backplate eines CBÜ-Külers, wenn da Durchführungen sind immer noch und die gerade nicht genutzt werden, nutzen, um beispielsweise hier so ein dickes, großes Kabel festzumachen. Also ich habe jetzt zwei Kabelbinder zusammen gemacht, weil die halt dabei waren beim Case. Und mache das Ganze hier quasi so fest. Jetzt ziehe ich den anderen nochmal fester. So, guck, dann hast du hier die Kabel schön verlegt oder das Kabel. Dann kannst du hier hochkommen mit dem 24-Pin-ATX-Kabel, schließt es an, fertig. Und natürlich brauchte ich auch eine möglichst schwarze Grafikkarte, die ins Budget passt. 1200 Euro insgesamt für alles, so wie es dann steht. Und da habe ich einiges gesehen und habe mich dann letztendlich für die RX 6700 XT entschieden von XFX in der Swift 309-Version, weil sie eben halt, ja, Preis-Leistung sehr, sehr top ist. Also ich glaube, um die 500 Euro immer wieder im Angebot. Und vielleicht gibt es auch andere Karten aus der RX 6700 XT-Serie wie Gigabyte oder PowerColor. Aber ich finde, das ist von den, ja, eben genannten Dreiersteller einfach die schönste und passende für das heutige System. Wenn wir schon so einen schicken PC hier haben, denke ich, sollten auch die Kabel insgesamt halt einfach schön verlaufen. Und ich bin ein Fan davon, gerade auch hier diese GPU-Stromanschlüsse so zu verlegen, dass die wirklich parallel, die beiden Kabel oder drei Kabel parallel zueinander verlaufen. Klar, sie müssen irgendwann unten rein, dann machen sie einen leichten Bogen, ist klar. Aber um jetzt hier mehrere Kabel untereinander quasi sauber laufen zu lassen, gibt es einen kleinen Trick. Erstmal sind bei den gesieften Kabeln diese Cable-Cams oder Coms-Kabel-Camme dabei für 6, 8 als auch 24-Pin-ATX. Der Trick ist, es gibt insgesamt für das ATX-Kabel 4 dieser Kabel-Camme. Und ja, letztendlich mein Weg, den ich immer einschlage, ist, ich nutze ein paar von den 8-Pin und verbinde die Kabel untereinander mit den großen 24-Pin-Cammen. Und schon sind die wirklich sauber zueinander verlegt. Die restlichen freien Stellen ganz ehrlich einfach mit dem Seitenschneider abschneiden und schon sieht das On-Point richtig gut aus. Die Kabel verlaufen dann perfekt. Ich finde, das Ding kann sich echt sehen lassen. Hier nochmal zur Verdeutlichung, das Mesh-Element und die schwarz-grauen Lüfter dahinter werden jetzt halt eben dadurch, wenn ich das hier vorne einbaue, hoffentlich klappt es, sieht man es halt einfach nicht mehr, dass da schwarz-graue Lüfter sind. Dann werde ich, wie bereits erwähnt, jetzt hier noch die silbernen Stege schwarz machen und auch den Rand oder die Kante, die so ein bisschen bräunig ist, von der Grafia-Karte ebenfalls schwarz. Und dann noch einen schicken RGB-Strap einbauen. Ich glaube, auch ein Netzteil wäre nicht schlecht, oder? Und dann zeige ich euch das Endergebnis. Aber ihr habt es ja eigentlich schon gesehen im Intro. Egal, und dann wird noch ein bisschen gezockt. Eine Runde Call of Duty Warzone ist kein Problem. Hier beispielsweise in WQHD und hohen Einstellungen. Und so gibt es hier im Schnitt durch diese Kombination aus dem i5 und der RX 6700 XT im Schnitt 140 FPS. Richtig nice, das bockt richtig krass. Und ich würde sagen, wir können damit aber auch schon zum nächsten Spiel rüber switchen. Weiter geht es mit Rainbow Six Siege mit dem Preset sehr hoch, ebenfalls bei WQHD-Auflösung. Und auch hier gibt es fantastische FPS. Im Schnitt gibt es hier 280 FPS. Den passenden Monitor für diesen PC findest du in der Beschreibung verlinkt. Und wir switchen damit zum nächsten Spiel. Aber ganz ehrlich, in der realen Welt da draußen ist es super warm. Und an sich sind die Temperaturen der kompletten Hardware vollkommen fein. Aber allzu lange möchte ich das Ganze hier trotzdem nicht laufen lassen. Assassin's Creed Valhalla WQHD-Preset sehr hoch. Läuft unterdessen mit durchschnittlichen 80 bis 85 FPS sehr gut. Auch in Firestrike gibt es ein sehr gutes Ergebnis. Insgesamt 27.590 Punkte top. Und auch in TimeSpy gibt es ein sehr gutes Ergebnis. 12.323 Punkte. Richtig geiler PC. 1.200 Euro all in. So wie er hier zu sehen ist. Und damit quasi ein Anti-RGB-PC. Und ich denke, der liebe Daniel Kreativegger denkt sich jetzt sicher, da muss ich jetzt aber los. Grüße gehen raus. Danke fürs Zuschauen. Bis neulich. Und ciao.